ok so haben aufgehört er wollte genau schauen wir mal dass wir die question fertig bekommen hard beacon okay ich glaube dass wir ein bisschen zu hat das wird ein bisschen zu hart äh quest der meine hallo hallo drag drag som scht nee du warst recht wieder zuvor das password zu ändern ja sag ja auch gerade heute wird die letzte runde von dem spiel kommen nächste woche entweder pubg oder terraria je nachdem du musst die pubg jetzt nicht über steam kaufen es gibt billigere varianten ja bin ich bei 25 euro habe ich gesehen aber bei 21 oder 21 ich habe das letzte mal gestern geguckt oder vorgestern fine fuses ist denn erst krieg ich habe keine ahnung nach wir gehen einfach mal los und gucken mal was abgeht der chef moment haben wir überhaupt fahrzeuge natürlich der chef der alte penis entering safe zone okay ja wie gesagt pubg oder terraria nächste woche dann erstmal für vier wochen wechseln jetzt alle vier wochen oder so die games für community ist das metal bar was errungenschaft freigeschaltet amt hören er wusste da so irgendwo höre ich das doch im hintergrund und zombies was warum sollte ich das tun ich bin kein admin ich kann nichts spawnen den schleichen uns von hinten dann klar und die zombies weg zu smachen immer from behind und so warte ени hallo ja ja terraria ja guillaume was ja das wer ja auch geteatet naja by the way wenn ich jetzt admin wäre würde mir alles spawnen was ich will Warum machst du das eigentlich mit dem Basie, ich hab da auch eine Kettesäge. What the? Ja, ich will jetzt spielen. Ja. Wow, ich hab mehr Unturned gespielt als BL4. Okay. Warum auch das? Warum auch immer, ich kann nicht reden. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Eigentlich müsste ich jetzt Chemie lernen, weil wir wollen KA schreiben, aber... Who cares, ja. Solltest du tun, ja. Chemie, Alter. Ja, easy going, Alter. Ich meine, ich kann Chemie locker irgendwie ausgleichen. Ich glaube, ich werde krank. Ihr wisst, was das bedeutet, mehr Streams, falls ich krank geschrieben bin. 24 Stunden Stream. Ja, okay, nicht unbedingt, wenn ich vielleicht krank bin, aber ich hab schon Halsschmerzen seit heute Morgen. Ich hoffe nicht, dass es schlimmer wird, aber wenn, mehr Streams. 1. Oh, danke. Ja. Toll. Du queued. Äh, meine ganze Fahrt ist weg. Loll. Wuss. Ich hab einen Server aber nicht neu gestartet. Eigentlich müsste es noch da sein. Oh, du Spacken. Ich weiß es nicht. Ne, es kann schon am Server liegen. Schon richtig. Warte. Mein Zug ist ja auch weg. Ich hätt saven müssen, ja. Ja. Ich bin mir nicht sicher, das kann sein, wenn kein Spieler mehr drauf ist, dass er dann nach einer gewissen Zeit einfach runterfährt. Dann sind die Dinger weg, wenn ich nicht gespeichert hab vorher. Ja. Dann spreche ich ja mal am Ende eines Streams. Mach ich eigentlich. Ja. Na gut, nicht, wenn ich einen Server nicht runterfahre, ja. Hätt vielleicht vorher meine Waffen aus der Kiste rausgenommen. Jo, maybe. Hm. Ja, nachher speichere ich euch auf jeden Fall ab, weil dann fahre ich ihn sowieso runter, weil wir nächste Woche Terror, ja. Spielen. Hm. Oder. Dann werden die ganzen Bechanismus aus der Haut genudelt. Genudelt? Ja, wie gesagt, neue Map wahrscheinlich. Dementsprechend auch der Reset an allen Bossen, aber. Ja, stimmt, ja. Das geht ja schnell wieder in der Hard-Mode drin zu Pinlohn. Und die Chars, ja, die können wir auch resetten. Müssen wir nicht. Doch, doch, resette auch mal die Chars. Ja? Ja. Ja, ich war nämlich da, wo das war, im Urlaub. Achso. Ich bin Admin, aber der Char, mit dem ich eingeloggt bin, ist kein Admin. Ich bin ganz normaler Spieler. Ahem. Ahem. You know? Öh. Das war ekelhaft. Könnt ihr immer dafür sorgen, dass ich sick werde, damit ich mehr streamen kann? Ich gehe nicht, bist zu weit weg. Ah. Du klingst nämlich irgendwie sick. Ich bin doch nicht. Hä? Du klingst immer sick. Ah. What? Ich bin sick, weil ich heute 23 Kilo Früchte aus Porzugal in den vierten Stock schleppen durfte. Geil. Am Stück. Also nicht einzeln, sondern... Ein Karton. Ja, geil. Ey, ich habe voll keinen Bock. Hm. Steh. Was haben wir denn da? Was sind das? Hose. Das ist nur reine Hose. Ich brauche mal... Something to eat und so. Ah. Cheese. Cheese. Danach machen wir Unturned. Was? Was habt ihr gesagt für eine Welt nach Hawaii? Äh. Russland. Russland. Okay. Russland ist eine kleine Map. Russland ist eine große Map. Stimmt auch gar nicht. Die Größe, die es bisher gibt. Nein. Doch. Nein. Als ich da drauf war, war ich ganz schnell fertig mit dem Looten. Voll langweilig. Ähm. Washington ist vielmal größer als PEI. Und... Russland ist vielmal größer als Washington. Ja und? Not the Min. Oder? Moment doch, ich bin Admin. Ha. Okay. Hast du gerade ein Vehikel gespawnt oder was? Ne, noch nicht. Aber das probiere ich jetzt. Du spawst jetzt nicht etwas Regenbogen-Car? Ne, es geht nicht, siehste. Oh, oh, doch. Doch, ich habe mich zum Admin gemacht, damit ich saven kann, ohne auf die Serverkonsole zu gehen. Rainbow. Ja, toll. Russland ist wirklich die größte, sagt Mad Max. Und hat drei Bosse. Aber es gibt zwei Russland-Naps. Alter, das Ding fliegt, oder? Was ist mit dem... Warte, 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 ich komm zu dir schon. What the hell? I exploded. Scheiße. Ich bin tot. Du sollst das nicht... Du sollst das nicht Void fliegen lassen. Ich bin damit geflogen. Ich habe das gar nicht realisiert, deswegen bin ich jetzt tot. Toll. Alles verloren. Aber geil. Wo bist du gestorben? Das sage ich dir nicht. Ich weiß es nämlich gerade selber nicht. Ich weiß es. Nicht meinen Crap abziehen, ja? Wir wollen nur den Crap, man. Nein, ich bin wach drin, nur. Dammit! Ich bin gleich da. Wow, und Rosa... Okay, und deswegen G-Door ich da nicht rum. Ich weiß, warum. Du kannst es ja nochmal spawnen und dahin fliegen. Am Arsch. Gut, ich meine, wenn ich jetzt sterbe, ist es nicht schlimm. Aber trotzdem. Okay, ich weiß doch nicht, wo du gestorben bist. Ich weiß es auch nicht. War es Glück. Ja, das stimmt. Da können wir uns eine richtig geile Untergrundbasis bauen. Ach, das war jetzt echt für'n Arsch. Anus. Wo kann man sich eine geile Untergrundbasis bauen? Auf Ruski. Ruslan. So, morgen mache ich nochmal Blake und dann überlege ich, ob ich nicht wirklich zwei Community-Tage mal einschiebe. Ohne rum. In meiner Hose. In meiner Hose. Musste ich ja einfach mal loswerden, heute. Alter, Moment. Jetzt sind noch meine Skills weg, ne? Ich kotze ab. Ha. Vielleicht doch cheaten. Oh. Nix cheater. Mal. 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 Besser als nix. Fun-fucking-tastic. Fun-fucking-stick-in-my-ass. Das auch. Ach so ein Scheiß, man. Das kotzt mich jetzt an. Oh, military loot? Military loot? Kein military loot. Du, dein Auto brennt. Meins. Mein Auto brennt. Nein. Ja, nix guten. Na, dreimalstraßen, wenn er gestorben ist, war da, als ich bin. Ach, hier habe ich letztes Mal auch angefangen. Jetzt sehe ich es gerade. Als ich den Charakter aufgebaut habe. Und jetzt bin ich schon wieder hier. Ich freue mich. Ey, ich bin schon wieder geschwächt. Ich kriege den Charakter, das saugt so hart im Moment. Ja. Sucks. Fucking dick. Fucking. Komm, ich starte zuerst. What the hell? Jetzt einfach geradeaus. Oh, Basie ist wieder da. Der Basie ist wieder da. Awesome. Basie ist wieder da. Ich brauche ein Auto. Ich brauche ein Auto. Salvage. Yay. Okay. Ich brauche ein Auto. Rainbow Car. What the hell? Nie wieder. Ah, komm mal. Measure. Measure in manner. Ich brauche gleich nochmal. Und dann kann ich da draus doch bestimmt Nägel herstellen. Jawohl. Und fast schon die neue Basie. Ach. Ich bin gerade wahrscheinlich auf die erbärmlichste Art und Weise gestorben, die es gibt. Wie denn? Nee, das habe ich schon gemacht. Nee. Ich bin aus dem Auto raus. Denk mir so. Scheiße. Ich bin so. Geil. Ich kann es ja noch in den Fluss schaffen. Berühre den Felsen nicht mal. Schlage mir aber wahrscheinlich doch den Kopf auf. Das ist natürlich mies, ja. Der ist sogar. Ich weiß nur, weil ich ein Schwein überfahren habe und es looten wollte. Komm her. Was? Hä? Du. Ich? Warum? Ich habe deinen Basie. Deinen Basie habe ich schon neun. Boom. Jetzt. Okay, dann hier. Okay. Wenn du den Basie hast, den nehme ich natürlich auch. Weil da ist wenigstens... ...die Scheißen drin. Scheißen drin. Achtung. Also, ist gerade jetzt auch nicht gut. Alrighty then. Boah, ich habe den. Nice. Okay, salvage. Salvage. Wie gut, dass der Holz-Baseballschläger zu Metall wird, wenn man zerlegt. Was ist glück? Was ist glück? Police brutality hier. Okay. 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 Der hat zerlegt. Das ist alles nur wegen zwei Stück Fleisch. Fleisch ist wichtig. Abgezogen. Hier rennt Schweine unter Wasser. Natürlich. Das ist doch, wenn sie will. Piggy. Piggy. Ah, salvage alles. Und das dürfte dann alles sein. Okay. Brauchst du noch was? Hä? Ob du noch was brauchst? Ja, Zeug. Meine Ruhe. Hör mal auf mit dem Shainsaw die ganze Zeit abzugehen. Ich hör dir sonst nichts mehr. Ich hör euch dann tatsächlich noch nicht mal sprechen. Ach, geil. Leder. Hab ich auch. Aber keine richtig engen Lederhosen. Nett. Joink. 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 Ich hab grad voll das Déjà-vu von dem ersten Mal, wo wir hier auf der Map gespielt haben. Wie gesagt, genau dieselbe Stelle war das. Sehr interessant. Oh, Headlamp. Nice. Ha, ich hab auch eine. Ja, meine. Nee. Ich hab ein Wildo. Klar. Aber ganz. Bam. Ich zitiere. And my special strength is Fremdsprachen. Strength? Ja, geht nur so. Na, Equip. Da man sie ja. Du kriegst kein Essen von mir. Ich hab selber Hunger. Du Hut sieht ja mal gar nicht dämlich aus, den ich anhöb. Nee, nee. Nee, nee. Hä? Bist du dich grad gestorben? Die spawnen hier irgendwie sau schnell. Hast du was an der Spawn-Zeit gefuchtelt? Nee, gar nichts. Ich hab nichts eingestellt. Nothing. Nee. Ihr sollt mal dringend die Schüsse lauter machen, der liebe Nelson. Ah. Der, der mir Blaubeeren gibt, kommt Kleber auf Brücken und Colt. Fett. Ich brauch... Ich brauch Blaubeeren um heil zu werden. Na, das glaub ich dir aufs Wort. Gadex! Leeroy! Shit, ich muss... Trinkschaden. Teamwork. Das ist ein Auto, zieh dir das mal ab. Oh, Brot. Lecker, Weißbrot. Ich will sterben. Nomm. Nomm, nomm, nomm. Oh, hey. Gordon Ramsay. Dosenbohnen. Rot, häss! Ich nicht. Was ist das? Die Tütenbohnen. Schuss. So, kaputt. Ich habe noch das. Ich glaube man kann die Stühle kaputt machen. Ja ach ne. Die Tische. Ah ne Tische nicht. Ich schaff das sogar ohne Slots werden. So, medals scrapped. Oh, noch ein Auto. Cool, du kannst ja wieder eins kaputt machen. Ja, war mir klar. I knew it. Oh, da ist 48% Benzin. Mindestens. So, jetzt können wir damit bestimmt auch fahren. So wie ich dich kenne bestimmt nicht. Ich hab die Zahn, äh, die Ding abgemacht. Ja, ja, ja. Erse, erse, erse. Weil ich's nicht kaputt gemacht hab, ist das nicht so schön rum geflogen. Blöd, Mann. Hab nix gesehen. Oh, Meadow. Du hättest es aber gesehen. Up your ass. Hörst du auf, das brauchen wir. Ja, ja, genau. Mehr Metal. Wir haben kein Auto mehr. Und ich war's nicht. Und ich brauch mein Metal. Up your ass. So, jetzt haben wir das Ding schon mal wieder auf Maximum. Super. Super. Okay, was kann ich jetzt alles aus Metal machen? Ein Auto. Ich geb keine Add-Commands mehr ein. Ja, sonst kill ich mich hier ständig. Also nein, ich spawn keine Items mehr. Oh. Also. Ne. Seh ich immer gar nicht ein. Der Typ, wir wollen nicht cheaten. Also wenn du Add-Spawn-Item 0911 eingibst, passiert was Tolles. Glaub dir. Really? Nein, mach ich nicht. So. Der Bruder will nicht cheaten. So sieht's aus. Niemals. Stamina ist schon aufm Maximum das Tolles. Sneaky Beaky. Was passiert, wenn du Add-Safe eingibst? I don't care. Ha. I don't care anymore. Never. Hätte ich gern deiner Stelle, Loa, auch gesagt. Zombie. Biatch. Wo sind die Wichser? Ach, da oben. Was lässt du einfach den orangenen Poncho hier liegen? Na, der Smelt. Na, Urin. Deswegen ist er auch orange, nicht rot. Genau. Hä? Ich bin lustig. Guck, wie lustig ich bin. Alter, nicht cheaten. Hä? Ne, ich rede grad mit dem Stream. Weil irgendwer schreibt in den Chat. bitte 1364 ist ihm egal ist weiß dass er das eingibt und die shadow stalker markt zwei ist wesentlich besser weiß ich auch das muss jeder wissen ich habe keine schutzsacke hello hi in my anus Oh, shit. Es ist eine Börse über Grenade, jetzt. Nicht ins Mikro atmen, bitte. Danke. Yes, it is. Ja. Zombie Gmei. Was ist das denn für eine Scheiße hier? Schon viel Clip. Alter, schon wieder? Alter, nicht ins Mikro atmen, bitte. That fucking sucks, Dicks. In hell. In my ass. Da auch, ja. Camp Fire. Ich hab einen Ring on my fire. Ach, dort ist Jeff, ne? Name Jeff. Jetzt. Erstmal hier rumgammeln. Und Essen machen. Sneaky Beaky. Cooking 1 brauch ich. Cooking? Ich glaub, das hatte ich mal. Ja, du musstest einen Kuchen craften. Cooking 2 hab ich sogar noch. Nice. Let's craft some. Scrap. Scrapmedal. 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 Okay, jetzt hab ich Fleisch. Und keinen Hut. Fleisch. Und keinen Hut. Heute, du heißt dich Jeff. Nein, mir nicht Jeff. Ach, scheiße. Carrot Seed. Nee, 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 nee. MBN. Oh fuck. Ich weiß. Äh, Controls. Garmin. Krügel. Korrekt. Korrekt. Auf welcher Taste ist eigentlich das Sitzen? Hä? Auf welcher Taste ist das Sitzen, Void? Was sag ich dir nicht? C und dann Rest. Also C gedrückt halten und dann Rest. Ja, du musst die Waffe weglegen. Oh. Hey, es paren wir dich direkt mal. Oh, hey, der meint Jagon. Oh ja, Minimum. Scheiße. Oh, Jugo, wie beschadet macht das? Ich würde da nicht reingehen, ne? Ja, das habe ich gemerkt. Deine Hände stecken in deinen Füßen. Deine auch. Dann seht ihr die wunderschönen Augen, die ich habe. Ja, ein Traum. Okay, ist mal gut. Reicht. Danke. Alles voll geblutet. Ver-Fuckin' I hate these kids. Ja, stupid assholes. Stupid assholes. Ja, ich hatte eine Hose an. Echt jetzt? Ich hab eine... Sag mal, ist der Charakter, wenn du auf H drückst, eigentlich immer auf der... Was ist denn das hier? Auf der rechten Seite vom Bildschirm? Ja. Echt? Also, du kannst Q und E drücken. Ah. Schreib was. Ah, ja, okay. So ist besser. Joink. Joink. Thanks, bye. Party is over. Okay. Guck mich an. Niemals. Nein. Niemals. Run. Warte mal, hab ich Survival eigentlich geskillt? Survival geskillt. Moment mal. Wo ist denn der Scheiß? Ging wer? Nää. Three, six, ginoskope. Nää. Wo ist denn der Scheiß? Muss zur Weifel höher ist. Geh, Alter, was zum Fick? Frag ich nicht. Was macht der denn da? Nichts. Fixen. Was? Stimm doch gar nicht. Da, fuck. Nein, 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 nein. Mach ich mit Pär. Nein. Jetzt, wenn ihr Bären findet, ich geb euch Kokosnüsse dafür. Was hast du denn als mit deinen Drogenbären? Das sind doch wirklich Drogen. Ja. Brauchst du für... Ah, uh. Ah. Brauch ich hier, weißt du doch. The Walking Death, dieses neue. Da. Erstmal rauche. Erstmal rauche, was? Die haben noch da... Achso. Achso, du meinst hier das Spiel, ne? Egal, wie viel Ausdauer hast du. Das spiel ich hier nachher auch noch. Die nächste Episode, weil... Du musst wissen, wie es weitergeht. Ich nicht. Und schon? Ich schon. Ich kann an der Wand laufen. Oh, jetzt auch. Ich auch. Spider-Man. 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 Spider-Pick. Spider-Can. Ich bin einer, der es macht, glaube ich. Spider-Man. 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 Nicht mehr die Kettensäge. Ich will ihn umboxen. Spider-Man. Spider-Man. Och komm schon. Ich wollte ihn umboxen. Lass mich schon mal einen umboxen. Das hat für mich so aus, als würdest du Winner. Core-Wir. Ich will doch, ey, ey, lass das doch mal, ich will gucken, ob das geht. Es geht. Ist auch total scheiß lang. Ich guck den nur zu. Abwechselnd rechts und links, das geht bestimmt schneller. Mein Anus-Slamm. Nerf mal nicht. Danke. Alter, wie lange dauert denn das? Wir sind hier nicht in Minecraft, ne? Merk's schon. Weißt du was? Also solange mir das gedauert hat, hat das irgendwie nichts gebracht. Ne, irgendwie nicht. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ach, kennt ihr auch Aloha Beach Bar? Beach Bar? Ne, Aloha Beach Bar. Ja, Beach Bar, sag ich schon. Beach Bar. Beach. Nicht von Bitch. Beach Bar. Beach Bar. Ein Bau für Hünde. Was ist das für eigene? Für Hünde? Oh. Alter, da oben. Da ist eine Bracht. Hier ist ein Car. Ein Auto. Mal steigen. Wer wollte dir was zum kaputt machen? Wieso waren wir nicht? Steig ein. Never. Ich kann, ich kann treiben. Auch mit nur drei Rädern? Mit ohne drei Rädern, Alter. Mit ohne sogar. Krass. Ja, das kann auch machen. Stimmt, wieso hatten das nur drei Räder? What the fuck? Leute, hat's kaputt gemacht. Wie? Klappt doch. Ich steig mal ein. Ja, perfekt, würde ich sagen. War geil. Ab dafür. Okay. Ich kann nicht mehr rückwärts fahren. Warte, ich kann nicht mehr rückwärts fahren. Zwei Räder. Das ist doch mein, ne? Alter, ich steig aus, bevor die Scheiße explodiert. Echt jetzt. What the fuck? Ach, das explodiert schon nicht. Ja, ja. Klar. Ganz sicher nicht, ne? Boom. Äh, war ja so klar. Joink. Joink. Yeah. Genau. Exactly. Wo zur Hölle, Alter? Kann man? Kannst du gerne tun, ja? Ausrufezeichen. Ip. In the server. Wie sieht's eigentlich grumentechnisch hier aus? Ah, okay. Ja, ihr seht auch in der Gruppe. Nice. What? Lass' mal baum, hä? Geht's nicht mehr. Lass' mal baum? Was? Oh, das... Nee, oh, ficken. Das... Oh, da gibt's keine Bären mehr. Ich will mal ne Drogen. Crackberries, memberberries. Nee, nee. Mit IB. Ich glaub, es gibt gar keine Bären in dem Spiel. Doch, es gibt auch Bären in dem Spiel. Steht unter dem Stream stehen die Befehle. Die Bib. Ip. Ja, genau. IB. IB. Und... Anton ist ein Crash. Oh, what the fuck. Hier geht's nicht weiter. Upturn. Ist das bestimmt? Upturn. Oh, das ist grad ziemlich upturned. Sag' ich doch. Nächstes Mal, wenn wir das Spiel marsch, PvP an. Och, nö. Damit ich Void endlich mal loswerde kann. Hab' ich gewöhnt. Der rennt mir ständig in der... Oh, man muss dich jetzt nicht Doggy anhören. Muss man. Doch, unbedingt. Nicht wirklich. Also, ich hab's mir aber tatsächlich heute mir da angehört, die Scheiße, ey. Oh, man. Ich hab' mir schon... How it is nicht angehört. Wap, 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 wap. Du hast ne Hose in dem Rohr da übersehen. Ne Hose im Rohr oder Rohr in der Hose? Das hilft eigentlich sogar. Wap, wap. Puh, hehehe. Auf der Scheiße, das ist auch sehr geil. Wap, wap. Richtig aggro. Der wird da richtig aggro. Ich bin aggressiv, oder? Ich bin aggressiv. Ach ja, der spielt jetzt Antöne. Stand gerade bei mir aufs Team. Endlich. Endlich kommt der Weg nochmal dazu, ne? Ja. Beut. Danke. Das ist mega laut. Ich versteh da nichts mehr. Äh. Ja. Hallo. Hallo. Hallo Frau Berko. Lassen Sie mich auf den Zorber. Was ist denn das da? Ein Leuchtturm, oder was? Gucken wir mal kurz an. Hier gebe ich mich. Warte. Lucille hat Durst. Mh. Lucille hat Durst. Mein Schwanz auch. Ja. Und ich renne gerade rum wie irgendein Typ, der versucht, eine Arabe zu cosplayen. Ah ja. Ja, das ist besser. Jetzt höre ich wenigstens noch was. Ja, bab. Bab. Jetzt mal ohne Scheiß. Was ist das hier für ein Gebäude? Das ist, äh, ich glaube so ein Silo. Das ist ein Kraftwerk. Kraftwerk? Oh, Kraftwerk. Ich glaube, ich muss nochmal einen anderen Bot einführen. In meiner Hose. Der Knight Bob. Pa, 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 pa. Obwohl, naja, ne, der ist schon im Aten. Der Knight, du? Könnt ihr wenigstens noch auf die Schwarz? Könnt ihr nicht, wenn ich in die Luft spreng? Oh, scheiße, Kass, Kass. Fuck. Was ist das? Scheiße, es kommt an der Tür. Fuck. Was zur Hölle? Jo. Dann müssen wir mal sehr laut Bombe und Sprengen. Am Flughafen rufen. Manbedingt. Sollten die Bomben platzen lassen. Oh ja. Drop Bomben. Was ist für eine abgeranzte Location hier? Mein Teil. Brennt. Mist mein Herz. Ich weiss. Du weisst, dass mein Zell und mein Herz komplett verschiedene Dinge sind. Ach ja? Nein. Und wenn die Songs mist, ist das auch so? Oh, Drogen! Metal, schier. Nein. Oh, ist das Drogen? Ja, das sind Drogen. Geil. Oh, Digga, meine. Wir wissen, dass dann die Idee kommt, dass er sich eigentlich mehr... Woid? Oder in die Laguna? Komm mal her. Ja, kann man. Ist das seltsam, das kann man wohl. Woid, ich gucke dir mal was. Huiiii. Das isst du jetzt mal. Ich hab das schon gegessen. Ich hatte das schon im Inventar. Das hatte Laguna dabei. Dann gib das mal her. Wieder. Ich will... Nö. Tschüss. Danke dafür. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ja, tschüss. Laguna muss es jetzt, damit die Streamer wissen, was wir meinen. Hä? Na, komm mal her. Nö. Ich bin froh, wenn ich mal eine Distanz zwischen uns gebracht habe. Ich möchte dir was schenken. Als ob. Was einschenken. Oh, na. Oh, na. Und so. Joink, lolol. Oh, geil. Oh. Oh. Oh, sind das auch noch Drogen? Oh, das ist Drogen. Oder? Ja. Holy crap. Ich habe gerade so einen richtigen Rotfilter drauf. Oh, das tut eh. Oh, das ist ekelhaft. Das glaube ich dir aufs Wort. Oh. Oh, das tut den Augen weh. Mir tut es den Ohren weh. Ja, das nicht. Was? Was? Weißt du, wie schön es ist, wenn man Musik vom Handy durchs Mikro durch Discord hört? Und das Mikro eine Scheißqualität hat. Sehr geil wahrscheinlich. Da bluten ja dann die Wohren. Nelson, far AI, farmer. So lange, Gunnar, komm mal jetzt her. Äh. Doch. Nein. Wollen, dass du high wirst mit uns. Mehr was. Ist alles schon high. Liegt. Float. Woher kommt dieses fliegende Riesenkaninchen? Oh mein Gott. Komm her, probier mal. Was hast du da? Warte. Wenn du jetzt deinen Jaguar in das Gesicht hältst. Am Arsch. Ne. Die habe ich schon mal gegessen. Ist das doch mal. Ist ein Halocygen. Halocygene. Egal, ich habe es jetzt auch. Drogen. Was für die Facklast du? Ich wackele so hin und her wie Q&E. Nur, dass ich nicht Q&E drücke. Die Steuerung ist invertiert. Geiler Scheiß. Inmensch ist es invertiert? Ja, umgekehrt halt. Junge, es gibt zwei Arten. Die Zombies rennen einfach lachend in die Kettensäge rein. Jedes Mal, ne? Was für Gimps. Oh, hier sind Samen. Igitt. Na dann. Ich wünsche, es gäbe Terraria auch Drogen. Gibt's? Ja. Die wurden noch nicht eingeführt. Ja. Ich bin Drogenmord. Ja, die bespricht sich für Drogen aus. Warum kann sich der Arsch so schnell bewegen? Weil er an Kim Kardashian hängt. Oh, Samen. Holy crap. Das sind gar keine Samen. Doch, hier sind es überall. Junge, so siehst du die Samen bloß nicht. Ich meinst, die Karotten-Samen? Nee. Nicht die Kartoffeln-Samen. Die Kartoffeln-Samen. Ja, ich hab Munition gefunden. Die Samen. Feuer frei. Die Samen in meiner Hose. Die möchten gerne raus. Mein Teil. Brennt. Feuer frei. Hast du dir das Lied überhaupt mal angehört? Will ich. Ich kenne alle Songs auswendig. Ich kenne nur, du hast auswendig. Ist auch so schwer. Ja, doch schon. Sau mäßig. Das hat 23 Wörter. Ah ja. 23 Wörter. Du hast mich gefragt und ich hab nichts gesagt. Wollt ihr, bis der Tod euch scheidet, treu sein für alle Tage? Nein. Oh, ich hab einen Bogen. Und ich hab gar nicht. Das war noch nicht alles, ja. Ich hab auch einen Bogen. Hä, wir sind da noch. Mh, Spannungsbogen. Hörst dir nochmal an. Da sind mehr Lyrics drin. Hörst dir nochmal an. Hier, Royce, guck dir das aus hier in der Hand ab an. Mein Teil. Mein Teil. Gib mal. Sieht aus wie Ebola. Ja, dann ist es bestimmt sein Teil. Und ich will meinen Woodlands Bogen haben. Komm hier. Alter, wer hämmert denn hier um die Zeit? Let me smash, please. No wrong. Go find Becky. Timmer time. Digga, Void, gib den. Mach PvP an sofort. Warte, 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 warte. 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 Warte, 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 warte kurz. Shut the fuck up, how about that? What the fuck? Okay, what? Fick mich. Fuck. Unturned. Ich hasse dieses Programm. Upturned. Ja. Hör dir das? Nee, hör dir nicht, ne? Genau unter mir hämmert jemand was in die Wand. Ach so, ja, aber im Stream hört man es nicht. Nicht so richtig. What the fuck? Ich dachte, du streamst vom Büro aus. Ja, klar, zu Hause in meinem Büro. Ach so. Ich hab ein Büro zu Hause, you know. Ich hab Blaubeeren gefunden. Ich hab gar nichts gefunden. Ich glaub, äh, Readium ist gerade rausgegangen. Wir sind da hingekommen. I don't know. Alter, was geht denn jetzt? Was zur Hölle? Wer ist denn unter? Alter, hier gibt's voll die geilen Waffen. What the fuck? Und so viel Gegengift und Scheißdreck. Äftet. Ach, da gibt's Gegengift? Gibt's doch was gegen mich? Leider nicht. Komm, Readium ist Mackey, Scheiß. Komm wieder hin. Schade an ihm. Ja, gegen dich gibt's offensichtlich nix. Ich kann den Scheißpfeil nicht aufheben, weil die verdammte Kartoffel nicht aus dem Weg gehen will. Verdammte Kartoffel. Ah. Leona, guck mal. Guck mal hier. Komm mal, los. Komm, los, los, komm mal. Ich muss mir was zeigen. Ist mir scheißegal. Los, komm mal hier. Ich muss mir doch mal den Jaguar. How about... Mein Problem ist, dass ich an Turnt noch nicht mehr mehr starten kann. Ohne, dass es mir abschmiert. Naja. Sheard happens und so. Äh, da hab ich meine halbwegs skilled, Freunde. Ähm. Papapom. Und ich meine, ich hab eh zu viel skill für dich heute, also. Halt die Platte. Hä? Was geht's los? Welches Level bist du? Was wär ich? Fünf. Äh, ich bin Level 72. Na, aber ich hab auf der PS4 schon gespielt und zum PC gewechselt jetzt. Deswegen. Okay, du hast es viel nachgedacht. Genau, da ist es oben. Was? Nischt. What happened here? Wie gesagt, ich geh da mal Rainbow spielen. Glaub, da oben ist ein Boss drin. Ja, solche Zone. Was? Solche Zone, genau da. Guck mal. Lava und so. Bad Zone. Oh, Lava. Cool. Ich geh da mal rein. Ja, mach mal. Du hast nicht gerade ernsthaft eine Spende für PUBG gestartet, also. Doch. Warum? Warum nicht? Hä? Als ob du dir das nicht leisten kannst. Ja, momentan nicht. Ah ja. Das andere Ziel ist zu hoch gesteckt momentan. Deswegen hab ich das gemacht. Welches andere Ziel? Ah, fuck. Kenn ich nicht. Ja, fuck. Genau. What the hell? Zombies. I don't care. Don't care. Hä? So viele Chemikalien hier. Ja, ja. Ist ja auch verseucht. Ja. Du sagst es. Ich hab ne Pilsmilker gefunden. That's great. Great shit. Right there. Und ein Fahrrad. Ey, das ist meins. Lass das bitte stehen. Ich mein's ernst jetzt. Ich hab keinen Bock, mir die ganze Scheiße ständig von dir abziehen zu lassen, die ich finde. Oder kaputt machen zu lassen. Gegengift. Awesome. Awesome. Wehe, das war mein Fahrrad, ey. Genau. Weil dein Fahrrad auch nen Tank hat, wo Benzin drin ist. Ja. Bei dir weiß man nicht, wie du das machst, ne? Haha. Ah, ah. Nee, nee. Das war das Auto mit zu wenig Benzin. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ich hab übrigens einen Generator dabei. Weil das heißt, wenn wir einen Benzinkanister haben, können wir die Schranke hochfahren. Wie gern ich doch PvP anmachen würd. Mach doch. Kann ich nicht, ohne in Zweifel neu zu starten. Oh. Das ist aber schade. Definitiv. Du bist mir etwa gerade ausgewichen. Was wär ich? Wie denn? What the fuck? Eskornation. Ja, das sitzt doch hoch. Guck mal, du kannst, glaub ich, die außen rumfahren. Wie wir bewertet? So wie ich die gerade. Wie wir bewertet? Ich fahr jetzt hier Downhill, Alter. Okay, dann fahr ich auch. Ah, nee, lieber niz. Lieber niz. Also, ich hab's geschafft. Und du sitzt ja auch in dem Auto. Ja, und auf dem Fahrrad wird da auch nicht passieren, ne? Ja, ja. Das macht Schaden, wenn ich mit dem Auto gegen den Fahrrad ramme. Wirklich? The fuck was that? Ich nicht. Ich wollte den Zombie mit der Klingelt killen, das war jetzt irgendwie... Oh, nee, ist umgefallen. Ah, okay. Go, go. Die Musik passt sowas von nicht. Warum? Weil ich den Zombie umbringen wollte. Hier ist noch einer. Hier auch. Komm hier nicht durch. That's true. Verdammt. Halt meine Taktik durchschaut. Wait. What? What? Hey. What was that? Das Fahrrad funktioniert echt gut hier. Hä? Weil die sieht man gar kein Gras auf dem Boden. Nee, das hab ich abgestellt, ja. Und? Macht Schaden? Hm. Nee. Gut. Oh. Oh, fuck. Das hätt ich jetzt zu gern von außen gesehen, ja. Das sah geil aus. Was glaub ich, ey? Scheiße. Nee, nehm ich mit. Aber läuft noch. Ich kann immer noch fahren. Awesome. Nix ist passiert. Soll ich mal das Fahrrad und Schaden bekommen. Das sah cool aus. Oh. Ähm. Ich glaub ich hab ein Problem. Wo bist du wohl? Spagio. Äh. Ich seh nichts. Ich bin in den Boden gefallen. Hm, ich seh es. Dreh mich mal um, bitte. Nee, ich guck mal, ob es hier so einen Wagenheber gibt. Sonst hast du ein Problem. Ich kann absteigen, aber will ich das irgendwie nicht. Jetzt graf ich auch gerade, dass ich mit dem Kopf im Boden häng. Nö. Ah ja, okay. Wer schießt da? Nee, sieht schlecht für mich aus. Könnten versuchen, es zu zersägen und dann wieder aufzustellen und zusammenzubauen. Ey. Nee, das wird nix. Ich sitz noch drauf, ist doch alles cool. Was passiert, wenn du jetzt losfährst? Hier so. Nix. Ich kann nicht. Es bewegt sich nicht. Ja, aber rein theoretisch. Es verbraucht Sprit, ja. Aber sonst. Du kannst die Stelle markieren. Und ein Carjack suchen. Fuck that thingy. Brumm, brumm. Ey. Nee, das geht nicht. Du brauchst einen Wagen. Du wolltest ja nur locken. Hä, schießt du die ganze Zeit? Nee. Ich bin das nicht. Ich habe das mal gelockt. Ich habe das mal gelockt. Das ist ein Trophäen. Ich habe mich gefragt, wo ich ihn ist. Ich auch. Du kannst ja theoretisch gesehen Karjack cheaten. Könnte ich, will ich aber nicht. Dann warte ich lieber hier. Was? M-M-M-M-M-M-I-S. Fuck that. Hallo? Oh ne. So. So. Genau. Da lang. Und da geht es lang. Long. Long. Aber der Move war episch. Bin mit dem Fahrrad diese Klippe da runter gesprungen vorhin. Den hat nur auf dem Kopf gelandet. Ja. Wahrscheinlich. Erstmal habe ich voll rumgebackt. Und das zweite Mal, also das erste Mal war mit dem Auto. Und dann war das zweite Mal. Auf jeden Fall voll krass. So. Survival is maximum. Toughness is maximum. Community. Auch schlau was ich hier mache. Don't know. Maybe. Guck mal. Hier. Ich habe auf meiner... Was? Ich habe auf meinem Pacemaker einen Achtfach-Sucher gesteckt. Das hatte ich auch schon auf meinem Bogen, ey. Aber guck doch mal wie das rüberragt. Ich bin zu groß. Macht ja nichts. Danke dir fürs Leihkorn. Oh, hör mal auf. Wohl war trotzdem mein Kill, ne. Der auch. Der auch. Oh, ne. Hier bugts. Hier bugts. Wir bin durch die Wand gegangen. Hier bugts ja noch mehr. Oh, shit. Hier bugts schon vorm Haus. Ich freue mich, ey. Hab das Fahrrad mal. Piggy, was machst denn du da in der Wand? Jetzt rennt's. Okay. Da kommt der Santa angeflogen. Why? Hä? Guck mir an. Hä? 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 Was ist das? Ich glaub das ist dieser, da wo er ist. Guck mal ein Schwein. War so süß. Geil. Leder. Viel Spaß da drin. Hier sind lauter Piggys, äh. Piggys. 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 Oh, me so sick. What? Ich seh nur ein Zombie um die Ecke fliegen. Ja, so muss das. Oh, hier ist ein Zettel. Was steht drauf? U und so. Keine Ahnung. Irgendein Mist. Ey, Piggys. Piggys hat mich angegriffen. Ich hab's genau gesehen. Es kam direkt auf mich zu. Das hier auch. Ich hab's genau gesehen. Es kam direkt auf die Wand zu. Ja, ja, ja. Relativ lang, würde ich sagen, heute noch. Zitral. Bäm. What the shit. Bäm. Bye. The center rennt dir hinterher. Macht ja nix. Dat macht doch gar nix. Niki biki müsstest ich noch mal raushauen. Mioink, mioink, mioink. Das muss jemand von vorne filmen und dann epische Musik drunter legen, das wird ein neues Intro. Da kommt er angefahren, um seinen Stream zu starten. Ich überhole dich, was ein spannendes Rennen. Sau mäßig, ja. Gott, packst nicht mehr. Nein, er schummelt. Dauert mir zu lang. Das dauert mir viel zu lang. Ich bin da. Hopp, die Hopp. Was ist dein Baby? Ich weiß ja jetzt, wenn du auf wirst. Ich bin auf die Chainsaw, sorry. Ha? Was? Wenn du auf wirst du springen, weiß ich, dass du keine Energie mehr hast. Ja, so. Ja. Das halte ich für eine Lüge. Oh, noch ein Baysy. Baysy. Das neue Zombie Survival Spiel. Ein Baysy. Ne, was war das? Ich glaube das war, hä? Hä? Was, der hier sieht nichts versorgen aus. Ne. Ne, doch. Vor allem zu Survival Spiel, ne? Ja. 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 Aber hatte ich ja. Baysy. Fail. Warum hast du so weit geflogen? Keine Ahnung. Aber das war echt weit. Ich hab die Palme getroffen. Ob man Straßenlaternen fällen kann? Ja. Just try it. Ich weiß es nicht. Ja. Come man. Oh. Dressing. Bandages und Dressings. Der Weihnachtsmann hat mich in diesen Rest-Mode verfolgt und guck dir zu, wie ich Laternen fälle. Ja. Hm. Geiler Scheiß. Yo, fuck off. Ich streiche das Zimmer neu. Shit. Ich hab Andrenalin gefunden. Andrenalin. Andrenalin. Nein, da ist ne Uhr. Ich muss zurück. Mach die mal Platz. So. Wieso hab ich nen Pfeil aber keine Ahnung? Ja, die Rutsche. Ja, die Rutsche. So, Laguna, ich möchte mal was zeigen. How great is that? Guck doch mal, guck doch mal. Nö. Unsere Gesellschaft. Doch, guck mal. Echt nett. Warte hin. Warte. Warte. So. Guck, guck mal eben. Hier. Ich kann die Farbe wechseln. Und jetzt. Boop. Ho. Zeit. Dein Gesichtsausdruck sagt alles. Zeit. Boah. Ja, sagt er alles. Ja, dein Gesichtsausdruck sagt alles. Wie du dabei geguckt hast. Als du die Spritze gesetzt hast. 10 lol. Ganz sicher. Ja, da sind das da. Essen! rettig rät ich hätte ich redet ach sein traum und auch gar nicht verpackt dann ist ja gut brefkäse abschneiden es war mein kill jetzt so direkter doch doch da er fliegt rum ich habe einen neuen baum geplatzt wie gut dass es baumfällen mehr erfahrungspunkte bringt als zombies zu killen dann mache ich jetzt nur noch das alle bäume fällen wo gibt ha ha ich komme dir zuvor never doch ja zu recht zu recht hey zombie mit ich habe nur um natürlich kaputt aber warum ich bin kaputt werdet ihr nicht bei mir fragen ha ich glaube das ist sinnvoller was ich gefunden als das hier ha ha was ich glaube ich muss mir gleich mal kaffee besergen ich habe gedacht der baum fliegt hier kilometer weg weil ich ihn gefällt habe das wäre es gewesen ja ich weiß was gleich beim macht ich nicht ah scheiße bei bäume great hier ist hammergeil wie das auto rum geflogen ist das habe ich jetzt nicht drauf schade Nein, das hast du gebraucht. Deswegen habe ich das jetzt erst gesehen. Warte, ich fäll den Baum. Bam. Ich muss gleich nochmal zurückspulen. Ah, okay. Ein Baum, der kilometerweit fliegt, hört sich lustig an. Hihihihi. War es aber nicht. Da vorne ist irgendwo noch ein Auto, glaube ich. Kann man eigentlich an diese Kettensäge auch so ein Zielfernrohr anbringen? Wie cool wäre das? Bestimmt. Nein, geht nicht. Sicher? Ja. Wenn ich die Modifikationstaste drücke, bewegt er das zumindest. Das macht er bei jeder Waffe. Ah, okay. Ha! Hätte jemand seinen Buggy gelockt und ich habe ihn einfach aufgemacht. 6 XP pro Baum. Hammer geil. Hammer geil. Noink. Aber geil. Das war ich nicht. Das war Mad Next. Aber. Ja, ja. Naja. War es echt? Mir doch egal. I don't care. Warum fliegen die Bäume? Weil es mehr XP gibt. Du darfst in der Rutsche noch einmal rutschen, wenn Bäume fliegen können. Okay. Okay. Bam. Bam. Der fiegt ja gar nicht. Der steht einfach nur einen Meter weiter hinten. Der steht einfach nur einen Meter weiter hinten. Was macht denn da? Fällt es dem Baum? Na klar. Ja. 157 XP. Jetzt habe ich die komplette Defense aufgelevelt, ey. Ich habe 241. Komm, da sind noch ein paar Bäume. Scheiß auf Zombies, ey. Der Meiner hat das Auto gebracht. Aber geil. Ach, das kann man nur einmal benutzen. Was ist denn da? Der fährt rum und er wird da. Und in mir steckt ein Baum. Ja. Entschuld. Und er hat mich umgefahren. Aber ich lebte noch. Was für Tipps. Wozu? Oh, was haben wir denn da Legeres? Sabertooth. Puh. Der explodiert gleich von alleine. Da muss ich gar nichts mehr machen. Das kann ich schon, ja. Aber jetzt ist es ein bisschen unpassend, ne? Auch zeitlich. Am Donnerstag spiele ich Blake da gerne. Äh, Diving, Sharpshooter. Ohne Sabertooth. Sag ich das. Wie machen wir Sabertzahn da? Lol. Das ist nicht die korrekte Übersetzung. Na gut, dazu müsste ich sehen, was du spielst. Weil... Sonst ist es dir schwer zu helfen dabei. Du musst sehen, wie du spielst. Das kann ich jetzt gleich schon mal vorwegnehmen. Da-dum, da-dum, da-dum. Ja, ich fäll auch was. Guckst du? Wie der blöde Lampen. Straßenlaternen, ne? Das stimmt doch gar nicht. Klar. Das ist ein Metallbaum. Dass er nachts leuchten kann. Achso, der Metallbaum. Der Metallbaum. Boom. Okay, du hast recht. Das war eine Lampe. Ja, ich weiß. Ich habe auch gerade eine gefällt. Krass. Rocker. Oh, yeah. Ich weiß gar nicht, dass das geht. Ich schau nicht. Pfff. Äh. 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 Guck mal, da brennt ein Auto. Äh. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Sicher. Ach, das war das Auto, mit dem ich dich angefahren habe. Ist ja gut möglich. Ich sauf mal was. Ich auch. Das schlägt mich. Ach, zu Recht wahrscheinlich. Nee, ich habe doch nur sein Auto gesprengt. Ähm. Equip. Gott. 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 Assholes. Ich mache Fotos von dir. Hehehe. 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 Das Blaubeeren drogen No need No need What the heck is happening? Wir laufen alle hinterher Ja voll spannend Aber kein Platz im Winter Na Gott sei Dank Boah das ging aber schnell Hat's gut gemacht Alter wenn du nicht gleich mal Einen eigenen Baum gehst Während ich Bäume fälle Kick ich dich Seriously Ziehst mir die XP nämlich weg Deine scheiß Aktion Das ist der eigentliche Grund warum ich Bäume fälle Ja wenn du dich in letzter Sekunde da drauf stürst Stürst Ja auf der Map bauen wir uns kein Haus mehr Weil Weil Guck mal das Ding kann fliegen Das ist die letzte Runde auf dieser Map Und deswegen bauen wir uns hier kein Haus mehr Nächstes Mal wahrscheinlich wieder Igitt Verlächelt mich gerne an Voll eklig Voll eklig Voll eklig So es wird Zeit für wieder bisschen Zeug zu sammeln Kleber Hammer geil Warten wir sind wir von hier nicht gekommen Nicht sicher Da ist die Bäume auf meine Köpfe gefalle What the fuck Ich glaube das ist nicht so gut wenn man Kleber ist oder Weiß nicht Ich denke nicht Gesundheit förderlich ist es mit Sicherheit nicht Ich hab's gerade ausprobiert Und Bist du sick geworden Ich hab auf einmal einen Geflügel filter Ja Dann bist du wahrscheinlich sick geworden Ja die nächste Ich hab einfach nur Instagram benutzt Die nächste Map wird PvP haben Wegen Ja Up geht's Hey Zombie Sobald einer auf der PvP-Map eine Kettensäge hat War es das für die anderen I know Exactly Ah what the fuck Gesundheit Yay Jetzt sind wir schon wieder hier Scheiße Ich fasse es mit Ich glaube ich zocke noch ein bisschen Was machst du Irgendwas noch zocken jetzt Was andere ist halt Tschau Ach damn Das ist so verpackt Mann Ah was zu salven Hammer geil Hm Hm What What Acrakultur Ah, okay. Apple Juice, nice. Jetzt könnte ich mir mal ein Auto klar machen oder sowas. Möglicherweise. Alter, warum sind die Maps denn immer so verpackt? Ah, gut. Zehn Minuten, echt so lang? Warum? Oh, Mann. Wo bin ich hier überhaupt? Ah, super. Am Arsch der Welt. Fuck. Ah, ich seh schon, ich komm niemals hier weg. Ja, komm. So, wie es mit meinem Fahrrad geht. Steckt immer noch im Boden. Sau geil. Nicht. Na ja, kommt der Leer. Gut, komm her. Bei mir einer. Nö. Ich werde die Map jetzt nicht mehr wechseln. Ah. Zack. So, ich hätte gehofft, dass wir hier vielleicht ein Fahrzeug finden, aber Scheißdreck ist Das ist ja mal nix Voll für den Arsch Ja, okay, das klingt doch plausibel, gehen wir erstmal da rüber Ja, geht gar nicht so einfach, da ist die Brücke Achso, ich habe ja auch Licht Ich vergaß, dann ist es nicht so dunkel Da-dum, da-dum, da-dum Hop, hop, hop Hey Hey You little shits Oh, yo, komm mal her, so sieht es aus, du auch, komm mal her Nice Ja, komm mal da Awesome Aber so viel Sprit noch drin Der Wahnsinn 56 Meilen die Stunde Das ist ne gute Frage, ich hab nicht die leisteste Ahnung Aber es geht Irgendwie Fahne Fahne 21 Wahrscheinlich nicht direkt, ja Ein Sack wäre immer geil, wenn ich mal wieder noch einen finden würde Was war das denn jetzt gerade? Ja, macht ja ungemein Sinn, dass wenn du drinnen sitzt, du abschließt und dann aussteigen kannst Noch jemand Nein 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 Wann Bittes Ja, nice Ah, der hässliche Hut ist wieder da Hey Hallo Einmal wunderschönen guten Abend Die 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 Don't die What? Oh Really? Jetzt hängen geblieben da Ah, juice Great, great Wir könnten was essen Eat some Extra crispy Up your ass Crispiness up my ass So In Sammler Ich sehe auch gerade Heilen wir auch mal eine Maßnahme Äh Was haben wir da? Bandage Equip eindeutig okay chocolate candy bar chocolate candy in er von der chocolate barne egal nehmen wir trotzdem mit gesundes esse er siehst du passt nicht dann sind wir ein tag gehört also spawns in schon extrem werden sie haben eindeutig nichts gutes bond Hey, legit. Um zu überleben. Im Grunde genommen nur um zu überleben. Und das ist das, was wir versuchen zu tun. Einfach nur überleben. Ja, komm her. Ah, there you are. Okay. Ah, scavengen erstmal alles hier. Oder locken halt immer alle Zombies an, wenn wir einfach wieder rumfeuern. Of course. Fast food thingy, come over here. Yoink, granola bar. Yes, awesome. Ah, okay. Na. Yay. Und nee. Also hier ist ganz viel Essen, was ich nicht mehr mitnehmen kann. Ganz beschissen. Irgendwann noch ein Zettel. Aber ich habe immer noch nicht meinen begehrten Sack bekommen. Ich will doch nur einen Sack. Ist das echt so, so viel verlangt? Äh. Fahrzeug wäre halt auch mal nicht schlecht. Damit meine ich natürlich ein eigenes. Ich glaube, wir gehen erstmal da lang. Okay. Ah, eigentlich will ich ja nicht fahren, aber dann soll ich es kommen. Jump rein. So, let's go. Okay. Okay. Die sind ja mal selten dumm, oder? Yeah. Ich bin gar nicht auf das Wort gekommen. Das stammt von South Park im Original. Wenn du meinen Stick of Truth Let's Play gesehen hast, wo ich die Jagon finde. Aber darauf basiert es nicht. Es basiert auf der Folge 100 von South Park. Alter, ich backe. Müsste die Folge 100 gewesen sein. Relativ sicher. Boom. Hey, tschüss. Geopfert. Und we try. Well, well, well. Okay, gut. Aber jetzt ist es im Gegens, wo das Ding steht. Er rollt noch. Ah jo, hat sich wohl erledigt. Schade. Muss ich erstmal einen Kanister besorgen. Warte mal, ist das überhaupt die richtige Richtung jetzt? Nee, ist er nicht. Fuck. Da wollte ich hin. Ah, shit. Okay, gut. Dezenteste Spritleer. Natürlich ist der Spritleer. Yeah, ja. Irgendwann haben wir jetzt keine Quest erledigt, ne? Voll für den Arsch. Na jo, komm. Wenn ich schon hier rumlaufen muss, dann kann ich noch mal Experience Points sammeln. Ja, verdammt. Ja, verdammt. Kein Sprit ist natürlich shit. Kein Sprit ist shit. Könnte ich. Hab aber den ganzen Metal Spritleer geworfen. Oder? Ja, ich mein. Ah nee, doch nicht. Ah, shit. Vielleicht, weil's nicht geht. Portable Generator. Nee, geht nicht. Das ist ein Gyro-Makeshift-Vehikel. Vehicle. Und inzwischen könnte ich wahrscheinlich auch wieder hochskillen, ja. So, Maximum-Level. Natürlich, ey. Quicker reloading. What the fuck? Das braucht kein Mensch. Guck mal, das ist sofort wieder voll, ey. Ach, jetzt sind wir wieder da unten, ey. Ob ich eigentlich wirklich jemals da ankomme, wo ich ankommen will. This way. Okay, this way. Ja, das hab ich nicht dabei. Da geht halt nix. Da geht nix. Sollte mal aufhören, so rumzujumpen. Das hab ich mir irgendwie bei Shootern angewöhnt. Aber hier verbraucht es echt die Stamina. Sau uncool. Was ist da los? Brennst da etwa? Ja, siehste. Hab ich auch nicht. So ne Scheiße. Oh shit. Dead Zone. Kommt die denn hier her? Echt jetzt? War die schon die ganze Zeit hier? Der Sander hat kein Sprit. So, jetzt wird geschnetzelt. Bitches. Hämme, hämme durch. Lachen denen die Segel rennen und so, ne? Nicht vergessen. Hey. Was sie sich immer einmal im Kreis drehen müssen, bevor sie überhaupt einen angreifen können. Die armen Säcke. Well, well, there goes nothing. It's nothing. Was will ich denn eigentlich hier in der Shave Zone? Die smellt doch like. Ich tue. So, erst noch mal was trinken. Equip. Sauve. So, die Frage ist, habe ich jetzt irgendeine Quest erledigt eigentlich, Mann? Dead and Earthquake. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Ach, das ist doch scheiße. Jeff. Ach, ich kann ihm nicht den Schädel einhauen. Schade eigentlich. Fuck the Jeff. Like. Clear Auli Haber Hot Beacon. Wo ist denn der Auli Haber? Ah, da drüben. Ja gut, das kriegen wir hin. Das machen wir jetzt einfach. Wir clearen jetzt der Auli Haber. Oder die Richtung ist ja wohl richtig. Moment, wo sind wir denn jetzt? Ja, da. Ja, die Richtung stimmt. Okay, cool. Go. Ja, Mann. Zack, Mann. Mann, hoch da. Vielleicht kriegen wir das wenigstens noch. Fertig. Wow. Wow. Come over here. Du auch. Seh dich. Ich entfälscht hier. Opfer. An underchainsaw. Nice. 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 Ah, come over here. Awesome. Das ist der Haber. Ne, immer noch. Anus Resort, okay? Das ist gut, alter Anus Resort. Max Smashl. Hulks Mashl. That's shit. so accuracy ja ist ja ich schon wieder aber da habe ich auch bald maximum level wenn das so weiter paddel ist jetzt paddel ja okay eat weed every day wie man einfach aus weed instant ein brot machen kann am feuer ohne irgendwelche zwischenschritte oder komponenten so die richtung stimmt immer noch alles klar nix wie hin chainsaw weg stecken ab dafür ach so ne chainsaw draußen lassen weil experience points ja all righty all righty da 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 so 30 alles klar jetzt kostet das nächste 40 obwohl das total unnötig ist es zu skillen es geht mehr an die nur um die Achievements. Natürlich echt easy-going gerade. Hier kommen die Mähenbau noch weg. Die haben Säge. Was war denn das? A Messer. Geil, komm her. Ein Sack gibt es hier echt nicht. Campfire haben wir schon ein paar. Ja, ja, komm her. Knies. Alles klar. So, Möps. Da ist er, der Auli Harbor. Das ist, ja. Ja. So, das machen wir jetzt. Jetzt halt die Frage, wie stark das hier abgeht. Joink, joink, joink. So, das habe ich gar nicht gesehen, dass man hier alle töten muss. Ich meine, der Harbor ist eigentlich nicht so groß. Es sollte relativ schnell gehen. Richtig? Sollte. Hopfer. Lalala. Was für Opfer. Was ist denn das da? Ist das die Cheese? Nee, Construction Helmet, okay. Na dann. Keine Ahnung, wo das Beacon eigentlich stoben soll. Schauen wir mal. Na gut, das war dann halt alles. Guck mal, das Ding steht auch noch da drüben. Wie kann es denn sein, dass die Bude weg ist? Ganz ehrlich. Kann doch eigentlich nicht sein. Weil da drüben das Speedboat auch immer noch steht. Ist es das? Ne. Also ist noch nicht clear hier. Ist noch nicht clear hier. Irgendwas fehlt. Hm, I don't know. Wie wir das bitte bekommen sollen, auch vor allem. Geht's da runter oder geht das? Ah ja. Okay, fuck. Ins Wasser gefallen. Ah, natürlich. So, komm. Elite. Ja, das ist es, he? The Cheese. Es ist aber immer noch nicht alles gewesen, offensichtlich. Warum? Erstmal was trinken, ja? So, alright. Hier, was haben wir übersehen? Aus irgendeinem Grund ist er nämlich noch nicht clear. Hm. Ja, das ist der Hafen, ne? Ja. Tadaki Light. Ist schon eine ganz coole Map eigentlich. Aber aus irgendeinem Grund ist der Hafen noch nicht gecleared. Warum nicht? Ziegen wir noch. Zombie. Muss ja. Oder was? Hier war unser First Kill. Wie krieg ich das denn dazu? Keine Ahnung. Irgendwie muss doch hier die Horde auch spawnen, oder? Ist mein Horde Beacon. Okay. Okay. Hier ist voll viel Fuel drin. Bringt uns aber alles nix. Kein Plan, was hier abgeht. I have no fucking idea. Da-dum, da-dum, da-dum. Ow! Why? Also, clear ist anders. Metal Sheet. Ich hab' nicht die leisteste Ahnung, wie das bitte funktionieren soll. Tape. I don't know. Das nenne ich schnelles Tauchen. Vor allem kann er das jetzt fünf Stunden lang, so wie's aussieht. Keh, Plan. Ja, so richtig gebracht hat's das jetzt nicht. Ach, das ist ja echt für den Arsch. Ow! How do I heartbeacon? Das ist ein Auto da hinten im Baum. Klar ist das ein Auto, oder? Ah, so typisch Void. Sehst du doch von hier schon wieder. Warum? Okay, ich frag' lieber nicht. Zehn Prozent Sprit. Scheiße. Guck mal, der fährt sogar noch. Cool. Hey. Awesome. Ich seh' nix. Ah! Moment, sind wir jetzt schon wieder hier oben? Ja, theoretisch müssen wir erst mal das Auto reparieren, hä? Oder der Neues gefunden? Erden Neues gefunden. Alles klar. Boom. Tja. Great. Great shit. Really. Wo sind denn die Akari jetzt da? Ah! Ja, der Rauch nervt überhaupt nicht, oder so. Das repariert. Cool. Okay. umgeschweißt sieht doch relativ sicher aus hier oben was ist das? Umspannwerk anscheinend anscheinend also richtig geilen Scheiß gibt es hier natürlich auch nicht da ist ein Auto reingesmacht hier war ich noch gar nicht der Map wow Taschenlamp Hammer geil Hammer geil danke dafür als hätte ich das hier nicht schon trotzdem sieht sie relativ sicher aus würde ich jetzt mal behaupten musik 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 musik